Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück bei RUNNER 2 Future Legend of Rhythm Alien Ja, autosave. Ich weiß, mittlerweile sollte man das wissen, wenn man das Spiel spielt Das kennen wir schon Wir können schon die Emerald Brine Das haben wir alle schon Können noch da hin Ich weiß gerade nicht, aber offenbar haben wir es noch nicht gemacht Da es noch nicht freigespielt war Hangover Hero ist der Erste Erstmal wieder, muss ich der Störfung reinkommen Boing, boing Bäm, bäm Bäm Slide Hops, slide, hops Längere Hops Boah, mischt Nach oben drücken, nicht einfach nur weiterlaufen Boing Bäm, bäm, bäm Eins, zwei, drei So tritt man Stimmt, okay Hab's wieder, hab's wieder Boing Abwehren Hochdrücken Runtersliden Boing Bäm bäm Bäm, 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 bäm Bäm, bäm, bäm. Nice. Neues Kostüm. Gefällt natürlich immer. Oh. Das war doof. Aber deswegen muss ich nicht gleich wieder von da. Nein. Das war keine so richtige Absicht. Boing, boing. Sehr schön. Unten ist auf jeden Fall der schwerere Weg. Das heißt, wir gehen unten entlang. Hehe. Das ist meine Logik. Boing, boing. Bäm, 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 bäm. Ah, schön, wie das Spiel mit der Musik mitmacht. Ich liebe solche Spiele. Boing, zopp. Tun wir durch. So. Der rechte Stick diesmal drehen. Nicht der linke. Danke. Und da wäre ein Checkpoint gewesen. Na toll. Hopp, hopp. Slide. Bäm, bäm. Ich weiß nicht, wie viele Melodien in dem Spiel drin sind. Also eigentlich ist da jedes Level... Ach, mischt. Eine eigene Melodie. Ja. Düm, da düm, da düm. Hopps, hopps. Runter. Nice. Nice. Boing, boing. Jump on 50 trams. Ja. Obst, da habe ich eins verpasst. Naja. Soll's. So. Ich will mal nicht so kleinig sein. Juhu. Extra. Und mit. Drunter durch. Hoch. Boing, boing. Abwehren. Slide. Ich weiß nicht. Ja, ich state gerade nur das Offensichtliche. Ähm. Ich sage gerade nur das Offensichtliche. Egal. Amazing Accomplishment. Yeah. Das ist ja ein ziemlich entspannendes Spiel. Also, wirklich. Ein Miss. Naja. Boing. The Sea of Saw. The Sea of Saw. Sorry. Samp88. Der Typ von Gaming Clerks. B-A-X. Wow. What the fuck. Okay. Äh. Bam, 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 bam. Wow. The heck? Wieder neue Mechanik. Ich bin beeindruckt. Wie oft das wohl noch passieren wird. Also, wie viele neue Mechaniken wohl noch kommen werden. Ich habe keine Ahnung. Bing. Drunter durch. Aber das ist ein Spiel, das davon lebt, dass neue Mechaniken kommen. Deswegen. Na, stimmt. Beinahe wieder vergessen, dass man das machen kann. Das wäre ziemlich übel gewesen. Nicht üblich. Wobei. Ups. Eventuell auch ein bisschen üblich. Jetzt, wo ich so überlege. Schön, wie sich die Fallen alle wieder aufbauen. Bom. Die eine Falle hatte gar keine Zeit, sich wieder aufzubauen. Nein. Das war eine Kiste. Mr. Video. Commander Video. Sorry. Bäh. Mr. Video eigentlich. Doch. Passt. Boing. Wenn er Commander Video heißt, dann... Bam. 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 Sehr schön. Also, die runden Dinger muss ich noch ein bisschen üben. Bam. Bam. Das war ein totaler Mist. Bam. Drunter durch. Hoch. Alter. Alter. Okay. Oh. Alter. Okay. Das ist heftig. Bam. 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 Schauen wir, wie die späteren Level da noch aussehen werden. Ich bin echt gespannt. Bin ich eigentlich bei jedem Spiel. Boing. Boing. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Bam. Schade. Das krieg ich nie. Drüber durch. Bam. Das sammeln wir natürlich ein. Ohne das geht's gar nicht. Drunter durchsliden. Bam. Bam. Bäm. Ist drüber. Boing. Ops. Aha. Bam. Bam. Und. Doin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah. Das war schon besser. Drei habe ich bisher, glaube ich, noch nicht geschafft. So. Extra nehmen wir natürlich auch mit. Immer doch. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schade. Das war nichts. Eins. Zwei. Drei. Hoch. Boing. Bisch. Ah. Das schaffe ich noch. Keine Sorge. Ich massakriere gerade das Video Gamepad. So. Bam. Classroom. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das war komplett daneben. Egal. Zum Glück ist das eher eine Bonus Sache wie das Tanzen. Das ich jetzt gerade so schön eingebaut habe. Und beinahe wieder vergessen hätte. Eins. Drei. Drei. Drunter. Und hoch. Da. Bam. Bam. Boah. Zwar ein Ding verpasst, aber immerhin das. Sehr schön. Finishline. Juhu. Habt ihr das gesehen, wie ich da noch getanzt habe? Yeah. So. Wieder eins verpasst. Immer das eine. Ah. Listing. Isthmus. Was? Ist das überhaupt noch Englisch? Äh. Okay. Und wir sind wieder offline. Wow. Drunter durch. Keine Ahnung, was mit dem Online-Modus drin ist. So nach maximal drei Spielen bin ich wieder offline. Da habe ich eine verpasst. Aber ich erwarte sowieso nicht, dass ich es bis zum Checkpoint schaffe. Und das war gut. Juhu. Vielleicht schaffe ich es da sogar bis zum Checkpoint. Bäh. Diesmal. Okay. Wenn ich mir das so einschaue, habe ich da ernsthaft im Zweifel. Boing. 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 Sonne durch. Bam. Bam. Tatsache. Okay. Da war wieder mal das eine, dass wir verpasst haben. Na gut. Und boing. Boing. Bom, bom. Also bis vorhin. Drunter. Nein. Das war falsch. So. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Beinah. Extra. Ja. Da komme ich nicht durch. Verdammt. Was tue ich da? Ah. Ah. Eins, zwei, drei, vier. Drunter. So. Boing. Nice. Ah. Ultra. So. So. Bom, bom, bom. Bam, bam. So. Diesmal drunter. Auch wirklich drunter. Boing. So. Das hat echt was mit normalen Rhythmuspielen zu tun. Also es sieht vielleicht am Anfang noch nicht so aus. Aber es wird definitiv. Boing. So. Ich komme nicht wirklich zum Tanzen. Nur mal so zur Erklärung, wieso ich das nicht mehr mache. Boing. Boom, 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 boom. Ah. Drei immerhin. Bam. Hier drunter durch. Boing. Ah. Mischt. Da ist wieder eins weniger gewesen. So. So. Nur ganz kurz. Boom, boom. Nice. Diesmal haben wir zwei verpasst. Naja. Was soll's. Soll ja nur ein Fun-Durchgang sein. Boom, 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 boom. 32 von 34. Nice. Turn in Cuff. Okay. Ich bin mir ernsthaft nicht sicher, ob das wirklich englische Wörter sind. Also Cuff vielleicht schon, aber Turn. Slidekick? Was bringt das? Okay. Ah. Nice. Schön, wie da noch ein Hindernis sein muss. Damit man nicht drüber haupten kann. Bam. Okay. Dann wird's jetzt aber so langsam echt fies. Mit so vielen Mechaniken. Oh, Mann. Ich glaub, das Spiel soll ich echt am Stück durchspielen. Sonst wird das, glaub ich, relativ heftig. Bam. Für mich hat man auch aus dem Sliden heraus normale Gegner oder Hindernisse, wo er kicken kann. Muss ich mal irgendwann ausprobieren, wenn eins direkt am Checkpoint kommt. Ups. Ah. Mischt. Äh. So. Boing, boing, boing. Nice. Boom, boom, boom. Nice. Boom, boom, boom. So. Das ist noch ein bisschen geschafft. Glaub ich, wenn es das überhaupt war. Wow. Was zur Hölle war das gerade? Habt ihr das gesehen? Hm, okay. Bam, bam, bam. Ich lass es mal so stehen. Boing. Ich lass es... Ich lass es... Mischt. Äh, äh. Ich lass es passiert... Ah. War das das? Keine Ahnung. Boing, boing, boing. Boing, boing. So. Nice. Ja. Das war, glaube ich, das. Und ich bin gerade mit einem durchgeslidet wie ein totaler Noob. Schön, wie es jetzt gerade schneller wird. Boah. Das ist absolut nicht schon schnell genug. Okay. So wirklich schneller ist es auch nicht. Bam. Und schon wieder zwei verpasst. Eines verpasst. Okay. Passt. Mit einem bin ich zufrieden. Kann ich mich zufrieden geben wohl eher. Wuhu. Bium. Going half mast. Samp 8.8 hat 892.000. Okay. Bim. Bä-dum. Bäm. So. Ups. Das will ich nochmal machen. Ich meine, das war jetzt gerade am Anfang. Das kriege ich besser hin. Wuhu. 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 Äh. Okay. Verstanden, was ich machen muss. Erstmal nicht so lange tanzen. So. Boing. Tritt. So. Kleiden. Drüber springen. Hopp. 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 Drunter durchkleiden. Ah. Mischt. Aha. Nochmal. Dum-dum-dum. So. Drüber. Kick. Hoch. Hoch. Boing. Ganz hoch. Eins. Zwei. Drei. Drunter. Boing. Bam. Hab ich schon wieder eins verpasst. Aber gut. Nehme ich mal hin. Ich geh mal oben drüber. Wieso auch immer. Boom. 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 Schön, wie man aber alles immer sammeln kann. Bis auf die ganzen Schlüssel halt. Oh. Mischt. Neun. Okay. Diesmal schaffe ich es perfekt. Ich weiß, ich bin manchmal etwas überoptimistisch. Aber egal. So bin ich nochmal. Boing. Das war doof. Naja. Eins. Zwei. Drei. Boing. Na. Ich verwechsel immer die Tasten. Nicht. Äh. Come on. Eins. Los. Hoch. Dritt. Schneller, schneller. Boing. Boing. Jetzt haben wir jetzt mal wieder alle. Nice. Ganz kurz hoch. Ganz kurz hoch. Ganz kurz hoch. Runder. Drüber. Dritt. Jetzt habe ich zwei verpasst. Mischt. Bum. 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 Ich gehe mal drunter durch. Das war doof. Habe ich ganz viele verpasst. Ups. Hm. Okay. Es sieht so aus, ob wir das Level später nochmal neu machen müssen. Naja. Boing. Boing. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drüber. Juhu. Eins. Zwei. Drei. Vier. Boom. Nice. Awesome. Ups. Ähm. Nicht so awesome. Äh. Ups. Aber steuern. Boing. Boing. Auch drüber. Und. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So doof. Das habe ich jetzt absichtlich. Das nicht ganz so absichtlich. So. Diesmal aber. Nicht auch alle. Wenn es geht. So. Bum. 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 Mua. So. Bäm. Oh. Das ist ein bisschen heftig. Aber eigentlich auch nicht so schwer. Ich stelle mich gerade an. Eins. Zwei. Drei. Boing. Bum. 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 Ah. Perfekt. Diesmal. Bäm. Und runter. Naja. Fast. So. Wir gehen mal oben rum. Keine Ahnung. Wieso. Okay. Äh. Das war gerade heftig. 2, 3. 1, 2, 3. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Nicht perfekt. Schade. Schade. 1, 2, 3, 4, 5. Hoch. Hoch. Das sammle ich natürlich ein. So. Wieso ich immer den schwereren Weg nehme. Keine Ahnung. Ich bin einfach noch richtig ausgewichen. Ich mag die Herausforderung. Bei uns fehlen 5 Stück. Das ist nicht so schön. Naja. Passt schon. Insgesamt haben wir eh genug. Aber ich würde dann sagen. Das war es dann auch schon wieder für diese Episode. Ich würde sagen. Abonnieren. Kommentieren. Favorisieren. Bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Euer Headseed Sniper. Bis zum nächsten Mal.